So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge und ihr seht es, so scheiße fährt kein Helfer, ich übernehme die letzte Reihe von der Sache hier. Ich bin, Fahrtrichtung wechseln? Streng, ach das, das ist der Waldrand, der das machen kann. So schön an, ne. Äh, andere Maschine anschalten, B. Jetzt. Nein, falsch, hast du. Wie kann ich mich reinsetzen, C? Okay. Leute, es ist ja nicht so weit, die letzte Reihe. Und hier können wir auch mal gucken, wie eigentlich die andere Maschine jetzt so funktioniert. Also, die sammelt hier unten auf, trennt die Frucht mit dem Grünzeug, lässt es hier hochfahren, geht hier einmal um die Ecke, um das ich ja nie unbedingt die letzte Reihe noch stehen lasse, wird hier auf das Band und in den kleinen Tank verfrachtet. Das Grünzeug müsste eigentlich theoretisch liegen bleiben. Und wir sind fertig. Ich weiß jetzt nie, ob ich jetzt wirklich noch die kleinen Pipsel hier aufsammeln muss, aber ich habe das schon einmal durch, äh, in der Mission, also ich persönlich, äh, war beteiligt. Waren zwei Pixel nicht eingesammelt. Und weil das, äh, Dings war, Baumwolle, konnten wir die ganze Mission vergessen. Genau. Weil, äh, wir haben zwar abgeladen und alles mögliche, aber der hat gesagt, nö, zu 99% ist die Mission wendet. Wie gesagt, hä, 99%, die ganze Map geguckt. Und dann haben wir irgendwann mal gesehen, äh, da war ein kleines Witzelchen nicht, äh, immer noch, so. Da wird bestimmt gleich ankommen, ja, kannst du für mich auch noch hier kubbern und sowas. Äh, könnte man fast irgendeine Maschine nehmen. Jetzt ist natürlich die gute, große Frage. Ob wir an unseren, also hier der JZB, okay. Ich sehe, dass das eigentlich funktioniert, das müsste klar stehen. Aber, passt an uns ein Argo-Liner, der Dingsrand. Weil wir haben so eine kleine Clown-Kupplung, müsste er ja eigentlich auch theoretisch haben. Das würden jetzt, äh, Experimente, wenn nicht, muss ich mit dem mir vorfahren. Weil ich bin mir fast schon zu 100% sicher, dass die Mission jetzt, diese 300 Liter, äh, 300, 3000 Liter, äh, mein Extrageld sind. Minimang nicht so gut wie sicher. Ja, Misty wird, wir werden hier so extrem lange fahren, jetzt, äh. Weil wir sind zweimal vollgeladen. Da ist mir noch scheiße dran gefahren. Noch schlechter dran gefahren. Dräumenbübel. Müsste klappen. Geht nicht. Geht echt nicht. Och, ne. Gut, ähm. Da fahren wir zuerst mit denen hier weg. Da fahren wir zuerst die 3000 Liter weg, fahren dann wieder her, hängen denen dran. An unseren, äh, stellen denen neben den Kriot, hängen uns einen anderen an und fahren dann hoch. Und das ist jetzt, äh, mein Lebenswerk für heute. Das ist die Mission, die ich heute beenden möchte. Egal wie lange das dauert. Nach der Sache ist der Part bändet und nicht vor der Sache, sondern nur nach der Sache. Also wenn wir jetzt eine halbe Stunde dafür brauchen, um hochzufahren, dann ist es scheißegal. Ich bin froh, die zu beenden. Im nächsten Part eine neue anzufangen. Mit guter Hoffnung auf dem Feld. Was wir sowieso irgendwie in nächster Zeit geplant haben zu kaufen. Und nicht zu gucken, yo, da gibt es so und so viel Geld. Wir können natürlich auch die kleine Transportsache machen. Brauchen wir bloß noch eine Gabel. Die Gabel können wir uns mieten. Im besten, im dümmsten Falle. Da fahren wir uns das, das ist ein Transportfahrzeug. Das heißt, wir fahren mal kurz hin. Gucken uns das an. Was ist es? Wo machen wir eine Palettengabel? Wenn ja, eine Palettengabel holen. Äh, und dann mit dem Dings hinfahren. Es geht so verdammt schnell mit diesem Fahrzeug bisschen mitzufahren. Mit 65 kmh. Ist eben schön. Sehr schön die ECB. Also ECB ist sowieso für mich so eine Sache, die sind kraftmäßig. Aber so richtig zum Trägerfahren weiß ich nicht. Also wenn, die kann man sonst wo benutzen dann auf dem Lande. Aber jetzt, äh, pff, weiß ich nicht. I. So. 83%. Und jetzt kommen die letzten. Hoffentlich, äh, sind das, sind das, was ich habe, 30%. Also, ihr wisst, dann gibt es viel Geld noch für mich. Ich hoffe, ich hoffe auf 20.000. Dann hat sich das für mich ungefähr gelohnt, weil ich bezahle, wie gesagt, habe ich jetzt, äh, 3000, ne, 5000 oder sowas Lohnzahlung hier reingesteckt. Und, ja, ich glaube, da brauche ich nicht weiterzählen. Und aus den Schulden rauszukommen, brauche ich eben das Geld. Da führt kein anderer Weg zurück. Kein anderer Weg drumherum. Wir brauchen das Geld. Wie kommen die aus der Schuldenabfälle am besten raus? Bei dem Anhänger sind wir eigentlich auch gut vorangekommen. Wir hätten auch den ACB gebraucht, weil der so schnell ist. Schnell und kraftvoll. So. Wenn wir so einen ACB haben, könnte man sich auch so einen, ähm, äh, LKW-Anhänger holen. Und, äh, eigentlich mal gucken, wie viele Lieder die haben. Weil ich habe ja, habe ich das diesen Part oder letzten Part gesagt? Letzten Part, glaube ich, war das. Äh, dass man dann hätte machen, ja klar, letzten Part war es. Ähm, dann auch wieder Häcksel gut machen sollte, weil die Stämme zu groß sind. So. Abbremsen. Bei 10 kmh kann man schon mal schnell absetzen. Weil das ist eine dringende Mission hier. Schade, dass es jetzt nicht ging, den Klei anzuhängen. Schade eigentlich. Wir können ja kurz was machen. Denken, wo das wechseln. Ah, nee, das war beim, ich wollte gerade sagen, da hätte man wechseln können. Da hätte man den Balltraum mal jetzt, äh, drehen können, aber... Ich bin ja bescheuert. Puh, Leute. Wir haben uns um uns gleich geschafft. Ne, also das können wir noch gucken. Das machen wir dann im nächsten Part, wenn wir ja sowieso gucken, wie teuer die, oder ob die Aufforstung so funktioniert, wie wir es denken. Dass wir auf unserem kleinen Fell, auf unserem Grundstück auf der Wiese einfach Bäume pflanzen können. Wenn ja, dann würde ich mir sogar überlegen, wieder auf Häcksel gut zu gehen. Bloß einen größeren Anhänger zu holen. Irgendwann mal in nächster Zeit. Gut, wie gesagt, LKW wäre am besten, aber der kostet ja auch 100.000. Und vorher möchte ich mindestens auch ein spätes Feld kaufen. Und irgendeine Schafe könnte man machen. Schafe bringen bestimmt auch gut Geld ein. Die brauchen eigentlich auch nichts außer Wasser und viel Gras. Dann sind sie ja eigentlich auch wunschlusslücklich. Und Kühe, die sind eben ein bisschen, die haben ein bisschen mehr zu wollen. Deswegen werde ich mir auch in nächster Zeit, dass wir keine Kühe holen. Dann da brauchen wir die totale Futteration, äh Mischung. Totale Mischfutter Mischung, glaube ich. Keine Ahnung, Doppelmischung ist scheiße. Guck mal, hier haben wir nur noch 550 reingepasst. Also die Mission ist eigentlich so aufgebaut, dass man jetzt nicht nochmal für einen kleinen Mühe hin- und herfährt. Da hätten sie auch noch einen größeren Anhänger nehmen können. Oder einen kleinen Anhänger, dann wäre man öfters gefahren. Aber das ist mir jetzt sogar so was, egal. Wir werden auch vielleicht in diese kurzen Mission auswerten und dann in der Zeit im Fiat wegfahren. Und es ist irgendwie schade, jetzt die letzte Fuhre wegzufahren. Pfff... Pfff... Ja, auf 17.000. 18.000. Aber die Mission ist gerade mal. Also gerade mal. Davon ziehen wir jetzt das, was wir jetzt als, als Dings eingenommen haben. Als gewinnbringende Ware im Nachhinein sind wir ja wieder ab von Lohnzahlungen. Eigentlich war das fast für uns hier Null und Minus Farm. Vielleicht ist das Feld jetzt relativ günstig geworden, kann man ja auch gleich mal gucken. Es wird 61, äh 91, ja, es ist, ich glaube das war, war das nicht über 300 sogar schon gewesen. Dann hätte es sich rentiert, ja, aber sonst können wir ja jetzt nächstes mal gucken, was wollen wir als nächstes fahren. Also ich wäre ja erstmal sowieso für das Transportieren für 3000, weil das, was ist denn das? Genau, aber ich, ja, sonst gibt es ja nichts auszudiskutieren. Die 3000, ja, die 3000, wie ich gesagt habe, das waren das, was noch auf dem Feld rumlag, habe ich dann noch weggeschafft. Und das war mein Geld. Und das, ja, viel war es nicht, aber besser als nichts. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, wenn es ja ganz ein paar Finalen hat, dann gebt mir doch noch ein wenig einen Daumenrunden, schreibt in den Kommentaren, aber mehr davon sehen wir doch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Immense Vault. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.